Dieses LRZ-Konvent, was hier schon einige Male stattgefunden hat, ist einfach ein wichtiger Bewerb für die Landesverband und Ausbildungszentren, für unsere LRZ. Es kommen alle 29 LRZs aus ganz Österreich zusammen, plus wir haben ein Mädchenteam dabei von unserem Nationalen Zentrum für Frauenfußball in St. Bötten. Das heißt, 30 Mannschaften aus ganz Österreich nehmen an diesem Turnier teil und es ist für die Teilnehmer jedes Jahr ein großes Erlebnis. Das sind Spieler, oder es kommen Spieler zum Einsatz, die auf sehr hohem Niveau so ein Futsal-Konvent bestreiten und das freut natürlich die Trainer und natürlich auch die Zuschauer. Das sind Mädchen, die in ihren LRZs auch wirklich tragende Rollen haben, die übernehmen Verantwortung am Spielfeld, die schießen Tore, die bereiten Tore vor oder verteidigen sehr gut und das freut mich besonders. Und dann sieht man aber auch den Vergleich mit den Mädchen, die im Nachwuchsfrauenzentrum in St. Bötten sind. Das Niveau ist sehr hoch und es wird den Frauenfußball nicht nur in der Breite, sondern vor allem auch in der Spitze weiterbringen. Mit dem Fußball, das muss Spaß machen. Ich habe immer einen Ball dabei, also mit drei Tagen, was gibt es Schöneres eigentlich, oder? Dieses Futsal-Turnier ist dann immer so dieses Zuckerl zum Abschluss eines Jahres, wo man dann nochmal wirklich Spaß haben kann, wo man wirklich sich schon darauf freuen, das ganze Jahr eigentlich drauf. Also wirklich ein tolles Event. Die Handlungsschnelligkeit ist im Futsal sehr, sehr gefragt. Und wenn die Jungs und Mädels von klein auf schon Futsal spielen, dann bringt es sie natürlich einerseits im Futsal weiter, aber andererseits gibt es extrem viele Parallelen zum normalen Elferfußball dann im Erwachsenenbereich. Und wenn man sich halt anschaut, welche Topstars im Fußball einfach in ihrer Kindheit schon mit Futsal begonnen haben, vor allem im südamerikanischen Raum, ein Messi, ein Ronaldo, ein Ronaldinho, das sind einfach Spieler, die von diesem Background kommen, auch dem Straßenfußball. Und deswegen ist es halt extrem wichtig, dass Jungs und Mädels einfach schon von klein auf Futsal spielen. Einfach dieses freie Spielen, der Spaß, Kreativität und das sind halt die wichtigsten Elemente, die ihnen dann natürlich auch im Fußball weiterhelfen. Hier sieht man, wie gut ein Spieler taktisch ausgebildet ist, 4 gegen 4. Mentalität ist sehr, sehr wichtig, das sieht man auch hier. Ja, also es ist wichtig. Das Niveau ist sehr, sehr gut. Es schaut immer mehr nach Futsal-Spielen aus. Ich kann mich erinnern, vor 5, 6 Jahren haben wir noch richtig Fußball gespielt in der Halle mehr oder weniger, aber jetzt sind diese Futsal-Techniken immer mehr drinnen. Die Abläufe, die man auch im Futsal in der Bundesliga oder bei Länderspielen sieht, sind schon viel, viel mehr drinnen. Also man sieht, die Mannschaften beschäftigen sich generell mehr mit Futsal und bereiten sich auch dementsprechend professionell drauf vor. Es ist ein würdiger Jahresabschluss, wo sich alle LRZ-Mannschaften in diesem Rahmen gegenseitig messen können, wo sie stehen. Ich glaube, alle Spielerinnen und Spieler sind begeistert von diesem Konvent. Die Trainer können sich untereinander austauschen und ich glaube, das haben sich die Spieler oder die LRZs verdient, dass sie auch mal in so einem Rahmen noch mal zusammenkommen.